Was vom Tage übrig blieb? Vor vielen Jahren habe ich selber einen Film mit James Ivory drehen dürfen in Argentinien und der Film war unglaublich besetzt mit Charlotte Gansbrough und Laura Linney und auch dem unvergleichlichen Sir Anthony Hopkins und ich war so baff, dass ich das machen darf, dass ich mit solchen Schauspielern vor die Kamera treten darf, aber auch erleben darf, wie James Ivory inszeniert und zur Vorbereitung auf diese unglaubliche Erfahrung habe ich damals den Film gesehen, den ich heute für sie ausgesucht habe und ja, ich liebe Anthony Hopkins. Es war unglaublich, ihm zu begegnen, einfach weil er nicht nur dieser einmalige, geniale Schauspieler ist, sondern auch ein wirklich wunderbarer Mensch, sehr offen, sehr großzügig und das war eine so schöne Begegnung für mich, die mir wieder mal gezeigt hat, dass wirklich die genialen Schauspieler und die, die so viel geben, ihrem Publikum so viel geben, meistens wirklich auch diejenigen sind, die dann in ihrer Art, anderen zu begegnen, ganz einfach und menschlich und wundervoll sind. Und ich liebe viele Filme, in denen Anthony Hopkins spielt, aber ich finde, dass seine Performance in diesem Film so einzigartig ist und deswegen habe ich heute diesen Film für sie ausgesucht, wie er diese Hauptfigur verkörpert und verinnerlicht und wie er dieses Porträt dieses Butlers lebt und für den Zuschauer zeichnet, ist für mich wirklich der Inbegriff der großen Schauspielkunst und auch die geniale Emma Thompson mit ihm zusammen auf der Leinwand sehen zu können, ist, finde ich, ein absolutes Geschenk. Und ja, ich wünsche Ihnen viel Freude bei diesem Film. Ich wäre gerne selber im Kino mit Ihnen, aber ja, viel Vergnügen und alles Liebe.